Wer hat das nicht erlebt, fährt man nachts in die Autobahn und danach hat ein paar LKWs überholt. Und als der LKWs schon überholt hat, fängt nach ein paar Kilometern eine Baustelle. Baustelle von 5 Kilometern muss man mit 80 fahren. Danach plötzlich sind diese LKWs mehr schneller als 80. Ich muss reduzieren, weil man die Geschwindigkeit begrenzen muss. Ich fahre mit PKW. Ich möchte rechtswidrig bleiben und respektieren die Tempogeschwindigkeit und die Fahrer 80, wie vorgeschrieben ist. Weil ab und zu in Baustellen gibt es auch Blitzgeräte. Wie auf die 1 von die Gondeln gibt es eine permanente Blitzstelle. Kann auch manchmal ein Mobil sein und ich möchte 80 fahren. Danach plötzlich kommen die LKWs das eigentlich schon längst überholt sind. Und die fahren deutlich mehr als 80 und die fast bremsen hinter mich. Und ich kriege ein Schiss irgendwie. Und plötzlich bin ich verpflichtet ein bisschen mehr schneller zu fahren. So dass nicht das LKW hinter mich anstoßen. Irgendwie finde ich das nervig, dass es immer so passiert. Das eigentlich die LKWs in die Baustelle viele die fahren weiter mit 90 fest. Die fahren sowieso ohne mit 90 vor die Baustelle. Und dann die fahren mit 90, wenn die Autobahn frei ist. Und die fahren weiter hier mit 90 auch drin in die Baustelle. Einmal, ich erinnere, jemand war so auf dringend. Ich bin auf die rechte, linke Spur gegangen. So dass man mich auf die rechte Seite überholt. Weil was ich konnte, wurde nicht erlaubt, mich zu überholen auf der linke Seite. Ist komisch. Oder soll ich da bleiben und warte, bis mich anstoße von hinten. Irgendwie fühle ich den Druck, wenn ein LKW weniger als ein Meter hinter mir ist. Gab es auch jemanden, der auch mit den Lichtern gemacht hat? Irgendwie finde ich das letzte. Manchmal versuche ich bzw. vor der Baustelle weiter fern sein bei der letzte LKW. Jetzt kommt die nächste Baustelle. Was macht euch? Präventiv. Aber ich kann nicht in jeder Baustelle irgendwie vorbeugen, so der letzte LKW von weit überholen. Manchmal vor der Baustelle, ich bleibe hinter den LKWs. Aber ich glaube das ist sehr gefährlich, dass die LKW so verhalten und nicht Geschwindigkeit begrenzen. Nein, gab es auch Umfälle. Bis hier. Tschüss. Weg bis hin.